Willkommen in der Welt von JMG. Das von Maurizio Manzini im Jahr 2007 gegründete Unternehmen ist weltweiter Marktführer im Bereich Pick & Carry Mobilkrane mit Elektroantrieb auf Akkubasis. JMG Cranes möchte das herkömmliche Konzept von Kranen verändern. Langlebigkeit, Innovation, Leidenschaft, Seriosität und Augefürstetail sollen sich in einem Produkt vereinen. JMG weist dank der starken Zusammenarbeit mit den wichtigsten internationalen Marken eine hohe Marktpräsenz sowohl in Europa als auch in Asien und Amerika auf. JMG möchte eine Wandlung in der Welt der Krane einleiten und fördert deshalb eine neue Vision. Dabei sollen beim Einsatz der Krane höchste technische Lösungen und modernste Methoden zur Anwendung kommen. Ein Pick & Carry Kran, was ist das genau? Ein Pick & Carry Kran ist ein mobiler Kran ohne Abstützung, der für das Heben und das Verfahren von Lasten konzipiert worden ist. Die JMG Pick & Carry Mobilkranen nehmen auf den Markt dank ihrer hohen Qualität eine besondere Stellung ein. Sie sind leistungsstark, kompakt und präzise und dank einer neuartigen Fernsteuerung problemlos zu bedienen. JMG hat drei Drücken von Mobilkranen mit Elektroantrieb über Batterie entwickelt. Krane mit Deichsel wie Greenlifter MC20 und MC25. Ferngesteuerte Krane wie MC22S, MC25S, MC32S, MC45S, MC60S, MC90S, die unter Einhaltung aller Sicherheitsbestimmungen, Lastenheben und selbst bei engsten Platzverhältnissen perfekt eingesetzt werden können. Sie sind äusserst kompakt gebaut, verfügen über einen Lenkeinschlag von 180 Grad und proportionalen Vorderantrieb. So können sie selbst auf kleinstem Raum mühelos bewegt werden. Die Kabinenkrane MC45, MC60, MC85, MC110, MC160, MC250, MC350 sind alle mit Teleskopauslegern versehen. Das Gewicht ist gleichmässig verteilt und die Sicherheit ist gewährleistet. Bei MC450 und MC580 kann der hintere Kranbereich verlängert werden, um auf diese Weise die Last besser zu verteilen und gleichzeitig die Tragfähigkeit zu erhöhen. Eine Stärke von JMG ist der patentierte, ab Modell MC85 serienmässig verbaute direkt proportional ausfahrende Teleskopausleger, dank dem die Lastverteilung verbessert und die Restkapazität erhöht werden kann. Der fünfwöckige Querschnitt des Auslegers ermöglicht ein besseres Ausfahren und eine Erhöhung der Elastizität, der zwischen plus 60 Grad und minus 15 Grad veränderbare Neigungswinkel des Mastes stellt ein weiteres Merkmal dar, welches JMG von den herkömmlichen, sich auf dem Markt befindlichen Kranen unterscheidet. Was macht JMG so einzigartig? Jeder JMG-Mobilkran mit Elektroantrieb besteht aus den besten auf den markterhältlichen Bauteilen. Er ist nach Mass gefertigt worden, um jede Erfordernis der Kundenrechnung zu tragen. Die JMG-Mobilkrane mit Elektroantrieb auf Akkubasis haben eine volle Betriebsfähigkeit von 10 Stunden und weisen eine Lebensdauer von über 20 Jahren auf. An Bord des Krans lässt sich ein hochfrequenz Batterieladegerät anbringen, welches ein zuverlässiges und qualitativ einwandfreies Aufladen der Batterie gewährleistet. JMG stellt Mobilkrane mit Elektroantrieb her, die emissionsfrei und somit umweltfreundlich arbeiten. JMG wird dank der vielfältigen Auswahl an optional erhältlichem Zubehör jedem Erfordernis gerecht. Vom Arbeitskorb mit maximaler Tragfähigkeit von 200 kg kann der Kranführer Arbeiten in der Höhe sicher ausführen und dank der geltenden Sicherheitsbestimmungen werden Gefährdungen minimiert. Gabelträger sind für jedes Modell in individueller Länge und Tragfähigkeit erhältlich. Der elektrohydraulische Niveauausgleich ermöglicht es, dass die Last immer parallel zum Erdboden ausgerichtet ist. Die Fernsteuerung erlaubt eine sowohl proportionale als auch gleichzeitige Bedienung von Kran- und Auslegerbewegungen. Sie kann zudem auch zur Steuerung von Superhörteilen wie Seilwinde, Gabelträger, Glasmanipulator, hydraulischer Jeep und Arbeitskorb verwendet werden. Die innovativen funkferngesteuerten Krane sind das Schmuckstück des Unternehmens. Sie ermöglichen eine perfekte Sicht während aller Arbeitsvorgänge. Gemäss EU-Maschinenrichtlinien sind die Fernsteuerungen und Krane mit allen relevanten Sicherheitserrichtungen versehen. Auf der Fernsteuerung befindet sich ein Display, welches stets alle Informationen über den Kran und Arbeitsstatus liefert. Der 3D-Manipulator dient zur genauen Kontrolle der Bewegungen auf drei Achsen. Die Positionierung erfolgt über die Fernsteuerung. Es ist möglich, gleichzeitig verschiedene Arbeitsvorgänge vorzunehmen, wie zum Beispiel das Ausfahren oder Heben des Auslegers, der Antrieb des Krans und das Drehen des Manipulators. Der mechanisch ausrichtbare, manuell in drei Positionen neigbare Jeep wird nach den Bedürfnissen des Kunden hinsichtlich Tragfähigkeit und Länge individuell konzipiert. Um den Erfordernissen der Kunden gerecht zu werden, kann JMG Cranes zudem auch hydraulisch neigbare Jeeps in unterschiedlichster Tragfähigkeit und Länge anfertigen. Die Steuerung des Jeeps erfolgt von der Kabine aus oder über die Fernsteuerung. Sowohl der mechanisch als auch der hydraulisch bewegbare Ausleger können individuell mit Verlängerungen unterschiedlichster Tragfähigkeit und Länge ausgestattet werden. JMG Cranes übernimmt die gesamte Planung der Mobilkrane mit Elektroabend, wählt die besten auf dem Markt erhältlichen Beurteile aus und wendet bei der Herstellung die modernsten Produktionsabläufe an. Auf Anfrage konzipiert das Unternehmen auch Spezialkrane. Die Kundenbetreuung und die Verfügbarkeit von Ersatzteilen sind weltweit garantiert, denn JMG Cranes will rundum zufriedene Kunden. Die Produktionsstätte in Sarmato, Piacenza, Italien baut kompakte, leistungsstarke, sichere, einfach bedienbare und unverwüstliche Mobilkrane mit Elektroantrieb. JMG Cranes – Move to Solution